Liebe Kinder, heute bringe ich euch meinen Sohn Jesus, damit ihr sein Friede und der Widerschein der Heiterkeit und der Freude des Himmels seid. Betet, meine lieben Kinder, dass ihr offen seid, den Frieden zu empfangen, denn viele Herzen sind für den Ruf des Lichtes verschlossen, der die Herzen verändert. Ich bin bei euch und ich bete für euch, dass ihr euch öffnet, um den König des Friedens zu empfangen. Der eure Herzen mit Wärme und Segen erfüllt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.